Das war fantastisch. Klar, die Kuh ist verreckt, aber ein Mensch ist einfach viel zu leicht und würde nicht so schön auf den Boden klatschen. Was? Aber... Ja, das klingt absolut logisch. Absolut. Ich weiß ja nicht, ich bin ja wissenschaftlich nicht so gewandert, aber dennoch zweifelig an der Sicherheit dieses Plans. Oh, du Ungläubiger. Na gut. Unser treuer Agent, es liegt an dir, den Landeplatz für diese Ungläubigen zu sichern. Überrascht das eigentlich noch irgendwie? Nagellegen ist für mich jetzt irgendwie doch was anderes. Der ist schon ein Stück weit weg. Ja, die Ausdauer ist ja gut. Den Heuwagen. Und der Landeplatz ist jetzt nochmal sehr viel weiter weg, stimmt's? Ja. Aber es war schlau, erst eine Kuh zu schmeißen, um damit zu wissen, wo wir landen. Außer natürlich für die Kuh. Für die war das jetzt nicht so schlau. Leg dich nicht so auf, wissenschaftliche Experimente. Weißt du ja was. Hast du davon. Oh, hier gibt's ein Schwert. Hallo, lass das. Als ob der mich hier trifft. Der darf mich einfach nicht treffen. Geh weg. Ich bin bloß Bade. Ich war's nicht. Okay, aus dem Sichtfeld raus. Perfekt. Oh Mann. Ob das gut geht? Alle sind bereit. Warte, ziehen wir das tatsächlich durch? Ja, auf so ein Stiefmütterchen zu sagen und beweise endlich, dass sie falsch liegen. Oh ja, aber vergiss nicht, präzise zu sein. So, ich singe ihm noch kurz ein Ständchen. Und los. Das hätte ich jetzt auch gern gesehen. Hm, ich denke, er könnte ein bisschen tot sein. Egal. Was war denn das? Ah, Schrie, das ist ziemlich unschlüssig. Nein, nein, es war eindeutig... Ah, wie ein Flach. Siehst du, das macht absolut Sinn. Ja, ich denke, jetzt kann man es nicht mehr leugnen. Ja, die Erde ist flach. Lass es uns den anderen erzielen. Gut gemacht. Wir haben diese Ketzerkrankheit niedergeschlagen und dabei eine gefährliche und spektakuläre Blide ergattert. Es wird jetzt eine unserer beiden Schlüsselwaffen sein. Überraschung, Angst und die Blide. Ähm, Moment mal, das sind drei Waffen. Jedenfalls ist das alles dir zu verdanken. Betrachte dich nun als Freund der Inquisition. Bedeutet das, dass ich beim nächsten Mal, wenn sie mich in den Steinbruch schicken, eine kostenlose Karte für die Entlassung aus dem Gefängnis bekomme? Nein. Flach genug. Tausend Gold. Ich kann da Leute reinbringen. Ja. Ist alles nicht so krass. Das hier könnten wir uns jetzt leisten. Gefühle ich halt bloß nicht so. Das wäre schon praktisch, aber viel zu teuer gerade. Hm. Wäre nicht schlecht, muss aber nicht unbedingt. Das hier wäre eigentlich wirklich, auf lange Sicht zumindest sinnvoll. Oder das. Okay. Warum nicht? Die Inquisition hat natürlich trotzdem auch weiterhin noch Quest für uns. Hm. Ich bräuchte mal ein Pferdelein. Einfach so laufen, als wären wir besoffen. Dann fallen wir hier nicht auf. Die hätte ich halt gern mal. Stay in the life. Rette Verwundete. Also das sollte ich ja wohl noch hinbekommen. Huh. Vor allem, weil ich ja Abkürzungen kenne. Hat das Ding nicht irgendwie auch eine Sirene oder so? Entschuldigung. Entschuldigung. Ich bin in der Eile. Okay, wir müssen... In die Stadt. Achtung, ähm... Achtung, ähm... Achtung, lasse mich durch. Ich bin... Sanitöter. So, die nächste Straße müssen wir abbiegen. So, hier. Oh Gott, das war knapp. Hier über die Brücke und... Wir sind da. Ins Krankenhaus. Auch noch. Ähm, wo ist das? Oh Gott. Aber die Zeit bleibt. Wow. Ob wir das hinbekommen? Ich bin mir da... Nicht so unsicher. Oh, ja. Oh. Warte, was? Willst du mich verarschen? Entschuldigung. Ich wollte das jetzt nicht... Unendlich lang machen, wenn ich ehrlich bin. Ich dachte... Einmal oder so. Oh, und dann ist der... Warte, was ist der Level abgeschlossen? Okay, was ist das hier? Was ist hier los? Pferde rennen. Ganz ehrlich. Muss nicht. Sane alive mache ich jetzt auch nicht nochmal. Wir haben es mal gesehen. War ganz lustig. Und gut ist. So, stattdessen würde ich nämlich... Die Inquisition gerne loswerden wollen. Also... Müssen wir ihre Aufgaben beenden. Auferflucht. Natürlich hat er das gesehen. Vorsicht, Achtung, weg da. Entschuldigung, würden Sie bitte... Würden Sie bitte... ... meine Kutsche nicht kaputt machen? Das ist wirklich sehr unfreundlich von ihm. Man macht einfach nicht eines Mannes Kutsche kaputt. Eheh... Es würde im Gefängnis keine Quest geben. Du musst Wachungen abschütteln. Ja, würd ich gerne. Hallo? Warte, ich bin... Wie zum Teufel bin ich wieder in der Kutsche gelandet? Okay, ich bin die Wache losgeworden. Was ein Dulli. Was ein absoluter Dulli, hä? Hexe, bitte. Hexen, verbrennen. Sie haben mich nicht erwartet, okay? Doch, ich hab euch schon ein bisschen erwartet, weil der Quest mag ja, ne? Diese unerwartete Begegnung kann nicht ungenutzt bleiben. Du hast hier einen gewissen Ruf und wir wollen das ausnutzen. Ich bin nicht dein Werkzeug. Ach nein. Ein einfaches Werkzeug, für das wir großzügig bezahlen. Du musst einen Hexen in die Stadt bringen. Dort gibt es eine herzerwärmende, hoffnungsvolle Hexenverbrennung. Nimm diesen von der Inquisition zertifizierten Hexengutschein. Zeige ihn den Wächtern am Steinbruch vor und sie werden dir die elende Hexe übergeben. Vergiss den Gefängniswagen nicht. Ich muss mir jetzt also erst einen Gefängniswagen beschaffen. Toll. So, vorher aber. Ich mach mal hier aus, weil dann kann ich nebenbei mal einen rauchen. Ach cool, der Papst ist da. Das ist natürlich super. Wo bekomme ich denn jetzt bitte einen Gefängniswagen her? So auf die Schnelle und spontan. Da kann ich nur hoffen, dass hier mal einer entgegenreitet. Passiert hier aber auch nicht so oft. Ja, so ein Zufall. So, der gute alte Steinbruch. Wo war der denn? Okay, über die Brücke und dann gleich rechts. Da ist sogar noch jemand drin. Richtig mieser Wendekreis. Ich dachte, das reicht. Moin, hallo. Ich bin wegen der Hexe hier. Ich hab einen Gutschein. Gib ihn mir. Jupp, stimmt so. Noch zwei Stempel und du bekommst eine Heugabel gratis dazu. Warte eine Sekunde. Kennen wir uns? Du kommst mir bekannt vor. Ich weiß nicht. Vielleicht möchtest du meine Freunde von Inquisition fragen? Ähm, nö. Ich muss dich mit jemand anderem verwechselt haben. Bitte komm herein. Meine ich aber auch. So, einmal eine Hexe, bitte. Hallo, du bist die Seefrau. Kleine Welt, oder? Ich hoffe, du bist ein guter Fahrer. Gute Reise. Schönes Brennen. Oh, wie nett. Du bist also eine Hexe? Und du ein Lakaida Inquisition? Verdammt, nein. Die haben mich nur dafür bezahlt, dich zu verbrennen. Nichts für ungut. Nicht der Rede wert, Süßer. Ich bin Blair. Oh, Blair Witch? Geil. Ich habe noch nie eine Hexe getroffen. Oh, du hast viele von uns kennengelernt. Du weißt es nur nicht. Verwandelst du dich in Frösche und Scheiße? Warum sollte ich mich in Scheiße verwandeln? Sehe ich aus wie ein alternder Mann? Oha. Du bist gerade eben, war sie noch sympathisch. Kannst du dich jetzt in einen Frosch verwandeln? Du bist nicht das schärfste Werkzeug im Schippen, oder? Komm, ich bin nur neugierig. Vielleicht kann ich dich in einen Frosch verwandeln. Ja, ich denke schon. Dafür brauchst du... Ach, Verflug. Wahrscheinlich ein Fliegermausauge oder die Nasenhaare eines Knackerns. Warte, ich muss mich mal... Ich kann mich gerade nicht mehr auf den Text konzentrieren, weil ich muss jetzt Steckkrieg finden. Und das nach Möglichkeit... Noch bevor hier Schlimmeres passiert. Andererseits ist die Hexenverbrennung. Wer weiß, wer weiß. Achtung, Entschuldigung, ich muss das hier aber vorher auch noch mitnehmen. Und hier ist sie. Die Hure des Teufels, der Feind des Engels. Oh, ich freu mich schon. Verbrenn die Hexe. Ja, reiße sie ordentlich an. Das ist das erste Barbecue, meine Sohne. Haltet euch also ran. Könntest du die Ehre haben? Zünde den Pfarrer an. Ähm, ich weiß nicht. Come on, Baby. Light my fire. Ich würde lieber ein Freundesgesicht am Ende des Tunnels sehen. Ja, gut. Ich meine, wenn du... Ist das... Ist das ein... Verfluchter Ernst? Wo ist denn mein... Ich hatte doch mal einen Stock, den ich zur Fackel umwandeln konnte. So. Ähm, Kollege. Gib mir mal deine Fackel. Andererseits. Ich muss mir bloß einen Stock holen. Hier in dieser stocklosen Stadt. Geh mal weg. Stöckchen. Irgendwo. Irgendeiner. Bitte. Das je wird doch nicht. So. Danke. Gesundheit. Okay. Wie war das nochmal? Äh, äh. Okay. Ich habe eine neue Lieblings-Taste gefunden. Geil. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Äh. 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 Tastenbelegung. Wie ist denn das? Wie ist denn das? Wie ist denn das? Waffe wechseln? Nee. Steuerung. Dankeschön. So macht das doch schon viel mehr Sinn. Schau mal. Ich habe eine Fackel. Ähm. Geh bitte aus dem Feuerhaus. Hey, erinnerst du dich an unser Gespräch über Frösche? Ja? Und? Ich habe gelogen, Sü- Süßer. Find mich in den Sümpfen. Was zum- Wohnt ihr, Hexner? Uh. Hey, mein Sohn muss ein Feuerchen sehen. Es ist mir egal, wer brennt. Lass uns den Glatzkopf verbrennen. Verbrennt den Glatzkopf. Ähm. Verbrennt den Hexer. Wo ist meine Maus? Ach, da. Ach, da. Ähm. Das ist nicht cool. Boah, ich bin fast tot. Ich brauche dringend was zu essen. Essen? Wie soll ich denn die Niederschwanken? Die sind... Bestens bewaffnet. Ja, ich sterbe jetzt. An der Verbrennung. Na klar. So. Ich hasse es. Wo ist der Kontrollpunkt? Hoffentlich erst hier. Okay. So, das können wir skippen. Ich würde gerne jetzt schon meine Waffe wechseln. Aber eher schnell. Ich werde jetzt hier schnell. Ich mache jetzt keine Waffe. Da geht einfach. Da geht geht.